Hallo Leute, ähm, ja, ich hab jetzt einen Namen für den Süßen und ja, und zwar heißt er jetzt Teddy und sein Spitzname ist... Ist... Schnuffi! Ja, ähm, oder Schnuffel, wie man's haben will, also eigentlich Schnuffel. Und ja, genau, er war auch eben draußen, ich guck mal kurz, ob er nochmal rauskommt oder ob er irgendwo im Käfig ist, draußen, Fakt. Okay, also er ist jetzt nirgendwo zu sehen, er schläft und ja, genau, er ist in Süßen und ja, okay, jetzt wisst ihr den Namen und dann bis zum nächsten Mal, tschüss!